Dieser WM, dem Lauf in der DDR, unter dem Slogan Rund um die MZ-Stadt Chopau. Gleich vorweg, den Ostdeutschen sei Dank. Erstklassige Streckenführung, fehlerfreie Organisation, fachliche Kompetenz und eine Publikumsbegeisterung, die einem das besagte Enduroherz aufjubeln lässt. Einzig der Wettergott spielte nicht mit und bringt zeitweiligen Regen. Die Organisatoren, geschult durch langjährige Erfahrung, nehmen die dadurch unfahrbaren Passagen aber rechtzeitig heraus. Was bleibt, ist dennoch Action genug, wie zum Beispiel diese Schlammdurchfahrt. Von den Zuschauern her, Stimmung wie am Fußballplatz. Das ist der deutsche Thomas Borsch. Für einen ostdeutschen Enduro-Fan gibt es anscheinend nichts Schöneres, als vom Schlamm eines durchwühlenden Hinterrades von oben bis unten bepflastert zu werden. Dick Wixl, regierender Europameister, ist der Pechvogel dieser neu geschaffenen WM. Von bisher sechs Läufen, dreimal ausgeschieden. Und hierin, Russe auf Abwegen. Es wäre wünschenswert, wenn die zukünftigen WM-Läufe wieder mehr auf solch schwierigen Etappen, als auf den Sonderprüfungen entschieden würden. Damit die Bewerbe wieder da sind, wofür sie eigentlich prädestiniert sind. Nämlich eine Geländemeisterschaft. Schlechtestes Gegenbeispiel der letzten Zeit, Waldüren. Ein standortverlegtes Motogross mit Zubringerwegen. 180, der starke 500er führende Schwete Peter Hanson mit Gefolgsmann Giorgio Grasso, der auch zur Zeit an zweiter Stelle in dieser Klasse liegt. Junior- und Trophy-Weltmeister Uwe Weber ist einer Jena-Fahrer, die mit der Wende auf westliches Material umgestiegen sind. Er befürchtet daraufhin, dass ihm das die heimischen Fans übel nehmen könnten. Doch keine Spur davon. Tony den Damm, der holländische 250er-Fahrer, findet das tiefste Loch dieser Sequenz. Am Ende dieser Schlammpassage gibt es eine kleine Bachturchfahrt. Im Bild der deutsche Champion Bert von Zitzewitz, der dieses Stück überlegt, meistert. Keine Unsicherheit dagegen bei seinem Landsmann Walter Penzech auf der kleinen Viertaktus-Gwarna. Eine besondere artistische Einlage liefert uns der von hinten kommende Fahrer Nummer 305, der Finne Auti Kampagnen. In Maud, Junior-Vizeweltmeister, voriges Jahr in Waldüren nur Klubfahrer, versucht er es nun nach verletzungsbedingten Rückschlägen in der Fahrer-WM. Nicht, was wir ihm das Missgeschick gönnen, aber der Sturz ist einmalig und wer den berühmten Schaden hat... Noch einmal zum Mitschreiben. Hier nimmt das Unheil seinen Anfang. Das Vorderrad verkantet, er rutscht auf den Tank, die Beine sind plötzlich zu kurz und hilflos Felder. Ein letzter freundlicher Blick in die Kamera und ab geht's mit voller Kraft in die Brühe, bis er am Boden ansteht. Ein kräftiger Schluck in Ehren, Nase und Ohren mitgespült und dann der Weg zurück ins Irdische. Einziger Vorteil der ganzen Aktion, die Zuschauer hatten ihre Show und Auti einen strahlend sauberen Helm. Nach dem Kloakenbad ist ein Fass voll Deo von Nöten. Spaß beiseite. Wäre er alleine, könnte er bei einem solch harmlosen Sturz jämmerlich ertrinken. Enduros-Moral von der Geschichte, allein in den Wald fährt man nicht. So, und jetzt Zwecks Analyse noch einmal zurück und weil es so eindrucksvoll war, noch einmal im Fließ in der Zeitung. Und jetzt Zwecks Analyse noch einmal zurück. Die Lichtmaske ist nicht wasserdicht, aber dafür gibt es Ehrenbeifall der Zuschauer. Auch der Holländer Dirk Schaturi sucht das Bad im Kühln, nur nicht ganz so spektakulär. Nebenbei muss man erwähnen, dass es hier stinkt wie in einer städtischen Kläranlage. Von hinten kommt mit Brachialgewalt und dem Beifall der Fans der deutsche Günther Efinger auf der Größen Viertaktuski. Wir wechseln zu einer Waldauffahrt des ersten Tages, die manchen Probleme schafft. 129, der Schwede Peter Appelquist. Die Schweden sind bei dieser WM überhaupt die Großmacht. Hier in Chopra sind sie mit 43 Fahrern vertreten. Das ist die größte Truppe. Für viele Training, für Festeros. Nun, wir dürfen uns hinsichtlich der Six Days auf einiges gefasst machen, zumal auch die Favoriten aus diesem Team kommen. Nun, Appelquist braucht noch ein wenig Übung. Giorgio Grasso, der Star aus dem Farioli-Team, meistert's locker, bis seine Resche Erle die Bergfahrt stoppt. Nummer 75, der deutsche Jörg Teuchert, schafft's problemlos. Sein Vordermann, Luca Trussardi, dagegen rennt wieder talwärts. 132, der Holländer Jan Wouters, hat auch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Holländer starten hier mit einer 16-Mann-Truppe. Die Startpflicht wurde von deren Verband für all jene auferlegt, die bei den kommenden Six Days in Westeros starten wollen. Quasi als weltmeisterschaftliches Training. In Waldürn belegten sie mit der Trophie den 8., mit den Junioren den 9. Platz. 308, der starke Ostdeutsche Andreas Zivka. Auch er ist auf westliches Material umgestiegen und fährt eine große Husky. Seinen Fahrstil betreffend gibt's keine Mängel. Wechsel zu einer Sonderprüfung. Im Bild der deutsche 350er Karl-Heinz Holz. KH befindet sich in dieser Saison in Top-Form. Dementsprechend aufsteigende Tendenz bei den Platzierungen. Und bei allem, was recht ist, cool, sind wir. Jaroslav Katrinak, Leader der großen Viertaktklasse. Bei den Großen braut sich ein harter Kampf um die Spitze zusammen. Nur knapp sind hier die Punkteunterschiede. Hier der Schwede Jimmy Eriksson auf Husaberg. Er liegt zur Zeit in der Gesamtwertung mit 15 Punkten Minus an dritter Stelle. Zwischen den beiden Bert von Zizewitz, der x-fache deutsche Champion. Ihn trennen 8 Punkte von Katrinak und 7 Punkte plus auf Jimmy Eriksson. Optimismus ist angebracht, zumal sein Team mit Mechaniker Hendrik und dem fliegenden Betreuer und Paris-Dakar-Fuchs Bernd Körber die besten organisatorischen Voraussetzungen bietet. Übrigens Bert von Zizewitz führt in Karlshof in Norddeutschland eine Offroad-Schule. Ein empfehlenswerter Tipp für all jene, die kurzfristig ihre Fahrkünste verbessern wollen. Das verspart unter Umständen Schürfwunden und Ärgeres und die günstigen Kurskosten, die kriegt man durch eingesparte Sturzreparaturen locker wieder herein. Publikums Liebling und Sieger dieses Tages ist aber Andreas Zivka, Vorbert von Zizewitz und Katrinak. Nächster Tag am Technikerhang. Eine finstere Waldauffahrt, unmittelbar über dem MZ-Werk. Im Bild der Österreicher Charlie Bayer. Er ist in dieser Saison nicht gerade von Glück gesegnet und auch heute eilt in das Schicksal in Form eines technischen Defekts. Er scheidet aus. 217 der Schwede Joachim Johansson. 211 Andreas Hengst BRD. KH in Schwierigkeiten. Michael Sauer beklagt mangelnde Traktion. Viele müssen feststellen, dass dieser Hang nicht umsonst Technikerhang genannt wird. Und auch der Tscheche Martin Karas bekommt die Anforderung zu spüren. Jaroslav Katrinak dagegen ganz im Stil eines Klassefahrers. Ebenfalls ein Erzriwale Bert von Zizewitz, der sich interessanterweise immer eine eigene Spur sucht. Wechsel zu einer anderen Waldauffahrt, wo es bedeutend hektischer zugeht und wo fast alle zu kämpfen haben. Nummer 7, Bert Bräutigam, meistert jedoch noch Klaglos. Matzi Robl dagegen liegt da nieder. Und von hinten kommt mit ungestümer Power der kleine CE-125er führende Paul Edmundsson. Blitzschnell erkennt er die Situation und rennt mit seiner ihm typischen Energie über die kritische Stelle. Torbjörn Larsen dagegen schafft es nicht. An ihm vorbei, Lars non. Der adrette Herr mit Schirm ist Joachim Sauer und der dirigiert Stefano Passeri direkt ins Verderben, während es der Junior Matthias Ebert auf der anderen Spur Klaglos schafft. Im Namen der Ersatzteilindustrie Joachim Sauer sei Dank. Hermann Siedmund Deutschland kommt auch auf der anderen Spur nicht weit. Auch der 250er führende Cari Thierinen bleibt stecken und behindert den alten Haudegen, den Italiener David Trolli. Meisterhaft und ungestüm dagegen Nummer 88, der Schweizer Peter Hager. Die Quixel mit der Ruhe und Routine eines Regierens. Obwohl die Tschechen absolute Dirt-Track-Spezialisten sind, hat Caras heute nicht seinen glücklichsten Tag. Auch dem Holländer Schramm blüht selbiges. Aktueller Stand in der WM, 80 Kubikzentimeter, erster Thomas Pierbach, 125 Paul Edmundsson, 250 Cari Thierinen, 500er Peter Hansson, 350 Viertakt Hakan Lundberg und 500er Jaroslav Katrinak. Die Renten Europameisters, er gewinnt auch den heutigen Tag. Frantische Grobskis Bemühen wird gleich im Ansatz zerstört. Der deutsche Kai Armin Päfferle versucht's mit Power und scheitert. Auch Giorgio Grasso, der italienische Enduro-Star schlechthin und zur Zeit drittplatzierte der 500er Kasse, hat nichts zu lachen. Aber er gewinnt den heutigen Tag. André Fischer aus der DDR hilft auch die Anfeuerung seiner Fans nicht. Untertitelung des ZDF, 2020